hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme von minecraft 28 wir müssen ja nur auf 30 kommen und den kriegen wir ja endlich unsere plünderung aber bevor wir überhaupt was machen würde ich schon mal ganz gerne mini karte ausmachen und die dinge auch ausmachen bitte wegpunkte fertig zurücksetzen wir in ganz schlecht settings die lichtung wo war denn das immer das ist aus fertig wenn wir zu hause hier rumrennen brauchen wir nicht die karte an haben und eigentlich auch nicht diese punkte mini karte aus an aus an aus verschieben wollen wir sie ja nicht ach da sehr gut sehr gut fehlt uns nicht mehr so viel dann gehen wir mal pennen und dann gehen wir mal irgendwo hin und machen uns noch ein paar punkte dass wir das endlich mal fertig kriegen dass wir endlich diese plünderung kriegen und wir brauchen haltbarkeit auf dem schwert wir brauchen plünderung auf dem schwert und schärfe brauchen wir auf dem schwert weil stärke ist für den bogen habe ich jetzt auch endlich mal gesehen so und das tun wir jetzt erstmal wenn irgendwie was zu leise zu laut ist die musik könnte zu laut sein glaube so ist besser dann lasse ich sie jetzt einfach so ich glaube die musik war gerade deutlich zu laut gehen wir mal zu den hüdern mal gucken spitzhacke wäre auch echt cool so mit 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 effizienz dass wir da echt zügig vorankommen gerade mit dem loch da hinten und mit dem tunnel unten ich glaube vorher habe ich da auch nicht so bock drauf den tunnel weiterzubauen da brauchen wir schon echt dieses ding für mannette du musst bedenken ich habe heute keinen helm auf ich habe vielleicht einen am helm aber ich habe heute keine auf also wir brauchen noch ein paar dinger was ist denn da überhaupt los da drin oh ja da ist aber ordentlich was los ach da läuft ein enderman rum das ist aber süß das ist aber neckisch so knochenmehl da müssen wir ernten aber mit der fix die felder hier sind ja die machen wir später irgendwann nicht mehr ab ernten hier also zumindest nicht die hier weil die sind dann eigentlich nur noch zu deko weil wir unten unsere machine haben eigentlich können wir alles automatisieren aber wollen wir das wenn wir jetzt auch alle sagen würden ja auf dem fall macht dann johle machen wir das aber sonst nicht was soll was mit so viel wir haben genug zu fressen dann gehen wir zu den hühnern vielleicht nicht unbedingt mit das können wir laut werden jetzt in der tat in der tat wirklich nur bis 30 sind und Gold war wieder alles. Ja, da kommen 31, wenn es klappt. Ja, komm. Ja, komm, die kriegst du doch. Ja, es gibt ja immer Mühe, Junge. Ja, bitte. Hier kommt ja auch echt nicht raus. Dann gleich runter. Und endlich dieses Ding zu holen. Ja, da können wir dir mal wieder ein paar Nächte durchziehen und uns Schwarzburger besorgen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Kopfschmerzen gehabt, weil ich nicht gegessen habe heute. Kann auch sein. Man weiß es nicht. Oder weil ich vielleicht nur zweieinhalb Stunden gepennt habe. Kann auch sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich grüße dich. Wie geht es dir alles? Gut bei dir. Ach, Slayer Musik. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich weiß zwar nicht genau, wer dahinter steckt, hinter Slayer Musik, aber ich glaube, man kennt sich. Oh, Plünderung. Explosionsschutz brauchen wir jetzt nicht, oder? Haben wir doch schon irgendwo drauf, ne? Ja, da brauchen wir nicht nochmal. Das ist ja Quark. Okay, Plünderung haben wir. Wir brauchen noch Schärfe auf jeden Fall. Okay, Schärfe haben wir auch. Wir brauchen noch Heldbarkeit, ne? Heldbarkeit wäre echt sexy. Ich muss essen. Es tut mir einfach leid. Wie geht es dir alles? Das gucke ich dir. Slayer. Das wäre für Schwert. Das schmeißen wir wieder weg. Das wäre nochmal Schärfe. Das wäre aber Quark, ne? Kommt auch in Müll. Kommt auch weg. Da muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Glück in Minecraft. Weiß ich nicht, wofür das ist, aber was ist das Höchste? Ich glaube drei, ne? Ja. Ja, also lassen wir das auch weg. Kommt auch weg. Achso. Wir gehen mal hoch. Wir machen uns nochmal Bücher. Wir machen uns nochmal Bücher. Wir brauchen hier deutlich mehr von, ne? Wir haben da zu wenig von. Ich überlege gerade. Wenn wir hier... Wir haben da hinten irgendwo Wasser. Das ist doch total dumm, dass ich die Bücher jetzt mit mir rumschleppe hier. Hundertprozentig sterben war. Mit die Bücher auf Tasche. Da vorne will ich mal an den Feldern was machen. Machen wir das mal hier hin erstmal. Dass das so ein bisschen mitwachsen kann hier. Ja, gehen wir erstmal knacken. Und dann machen wir das eine Feld hier weg. Da kommen ja, ähm, seine Weizenfeld nochmal weg. Ach, hier müssen wir ja auch nochmal ran. Ich muss ja auch nochmal mir ran da. Ach, nee, da war ja schon das Weizenfeld weggemacht. Halleluja. Hm. Aber warte mal. Wir haben doch hier, äh, äh, Rotbeete. Kartoffskas. Hier sind, äh, Möhrens. Und hier sind auch Möhrens. Dann machen wir doch die Möhrens weg. Dann holen wir das mal schnell hier vorne. Was ist denn hier eigentlich? Achso. Hm. Haben wir gar nicht mit. Wo haben wir denn die ewig rumliegen hier, ey? Ständig machen wir uns eine neue. Hallo, Michelle. Hallo. Alles Bingo. Weizen. 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 Kohl. Äh, Weißkohl. Weizenkohl. Was ist denn Weizenkohl, Junge? So. Haben wir hier, äh, Kohl. Das ist ja nicht schlecht. Hm, was hat man hier vorne, ne? Stimeln. Ich weiß nicht, hat sich das jetzt gelohnt? Nö. Ich weiß nicht, wie sehen die aus, wie die fertig sind? Ah. Na, ich mach einfach mal kurz alle ab hier. Weil die haben nämlich die gleiche Text, die haben nämlich noch die Vanilletextur. Na, nix, Bingo. Wieso bist du eigentlich, aber ich konnte das jetzt nicht mehr abchecken. Was ist denn Weizenkohl? Ähm, weiß ich auch nicht. Weizenkohl, keine Ahnung. Was ist denn Weizenkohl? Hm. Vielleicht ein Kohl, der mit Weizenbier überkostet? Boah, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich meinte natürlich Weißkohl. Moin, Eggi. Hopp. Oh. Oh.